Fuminori Nakamura, Der Revolver, aus dem japanischen von Thomas Eggenberg. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Nils-André Brünnig. Notiz des Autors In deutscher Übersetzung sind bisher Der Dieb und Die Maske erschienen. Der Revolver ist lange vor diesem beiden Roman entstanden. 2002 wurde die Geschichte in einer japanischen Literaturzeitschrift veröffentlicht. Im Jahr darauf erschien sie als Buch beim Verlag Shinshosha. Dass Der Revolver mit anderen Worten mein Debüt als Schriftsteller nun auch auf Deutsch vorliegt, freut mich sehr. Allen Beteiligten, die das ermöglicht haben und nicht zuletzt allen Leserinnen und Lesern, möchte ich von Herzen danken. Meine Lesereise im vergangenen Jahr durch Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat bei mir unvergessliche, tiefe Eindrücke hinterlassen. Es fühlt sich an wie ein kostbarer Schatz, der mein Schreiben inspiriert und bereichert. Und ich wünsche mir sehnlichst, eines Tages wieder nach Europa zurückzukehren. Fuminori Nakamura, 23. März 2019 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Offenbarung des Johannes 1 Gestern, es kommt mir vor wie gestern, habe ich einen Revolver gefunden. Vielleicht auch gestohlen, ich weiß es nicht genau. Noch nie habe ich etwas so Schönes gesehen. Er liegt in meiner Hand, als wäre er für mich gemacht. Bisher hatte ich überhaupt kein Interesse an Waffen, aber in dem Moment, in dem ich den Revolver sah, musste ich ihn haben. Es regnete in Strömen, als wolle es nie wieder aufhören. Ein Schirm nützte wenig, schräg kam das Wasser vom Himmel und durchnässte mich bis auf die Knochen. Es war schon spät am Abend, etwa elf Uhr. Der Dauerregen erschien mir wie ein Spiegel meiner Verfassung, und obwohl ich von den Knien abwärts klatschnass war und froh, ging ich aus irgendeinem Grund nicht nach Hause. Vermutlich, weil mir einfach nachher rumlaufen war und ich keine Lust auf meine Wohnung hatte. Mein Verhalten ist mir selber oft ein Rätsel. Ohne bestimmtes Ziel lief ich in die nächste Straße hinein. Die Geschäfte waren alle bereits dunkel. Bei einem kleinen Park stand ein weißer Transporter. Ich erinnere mich genau an das Kätzchen, das unter dem Auto hervorlugte, mich mit seinen leuchtenden Augen fixierte. Wenn ich jetzt daran denke, war es nicht das erste Mal, dass mich eine Katze anstarrte, bevor etwas passierte. Im Nachhinein kommt es mir wie ein Zeichen vor, doch als ich die Katzenaugen sah, kümmerte es mich nicht. Hinter dem Bahnübergang tauchte ich in ein Labyrinth verschlungener Straßen. Vom Dach eines alten, verlotterten Mietshauses pladderte Regenwasserohren betäubend auf den Blechschrott, der überall herumlag. Der Lärm riss mich für einen Moment aus meiner Trance und ich überlegte, ob es nicht doch besser wäre, schnell nach Hause zu gehen. Eine heiße Dusche, trockene Kleider. Dennoch lief ich weiter, ohne Ende, ohne Ziel. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Andererseits war es schon vorgekommen, dass ich mich derart treiben ließ und warum auch immer genau das Gegenteil von dem tat, was ich eigentlich wollte. Durch Nest und in trostloser Stimmung setzte ich meinen Weg fort. Das war gut so. Über mein Tun und Lassen habe ich mir kaum je Gedanken gemacht, auch nicht über die Konsequenzen, doch diesmal ist es anders. Wenn ich an mein nächtliches Abenteuer denke, empfinde ich fast so etwas wie Dankbarkeit. Denn wäre ich einfach nach Hause gegangen, läge dieser Revolver jetzt nicht in meiner Hand. Allein schon die Vorstellung, ihn nicht zu besitzen, lässt mich erschauern. Was unsinnig sein mag, weil mir der Revolver von Anfang an nie gehört hat. Irgendwo zog ich am Automaten einen Dosenkaffee. Ich hatte keinen Durst, aber es war mir fast zur Gewohnheit geworden, im Gehen Kaffee zu trinken. Ich riss die Lasche hoch und nahm einen Schluck. Am Himmel hingen schwere, graue Wolken, sodass man weder Mond noch Sterne sah. Die letzten Spuren von Wärme, die der Tag hinterlassen hatte, waren durch den Regen wie weggewaschen. Mich fröstelte. Doch ich lief und lief, lief und lief ohne jeden Plan, lauschte dem Rauschen des Regens, nippte an meinem Kaffee. Als die Dose leer war, zündete ich mir eine Zigarette an. Links und rechts drängten sich Wohnhäuser dicht aneinander. Nach einer Weile lichtete sich das Häusergewirr und ich kam zu einer breiten Straße. Ohne die Geschwindigkeit zu drosseln, stoben die Autos an mir vorbei, besprühten mich mit Wasserfontänen und weit und breit gab es keine Seitenstraße, in die ich mich hätte flüchten können. Die Regentropfen schienen im Scheinwerferlicht der entgegenkommenden Autos wie Myriaden Goldkörnchen zu funkeln. Und auch wenn das wirklich schön aussah, froh ich in meinen nassen Kleidern nun so sehr, dass es kaum mehr zu ertragen war. Die Straße wurde zu einer Brücke. Statt den Fluss zu überqueren, stieg ich die grasbewachsene Böschung zum Ufer hinunter. Für einen Moment wollte ich einfach nur dem Regen entkommen, wollte unter dem Brückenbogen eine Zigarette rauchen und mir überlegen, was ich als nächstes tun könnte. Der Fluss war durch den Regen angeschwollen, die Wassermassen schmatzten und glucksten den betonierten Uferdamm. Unter dem Brückengewölbe nahm das Rauschen des Wassers noch zu. Ich fühlte mich unwohl, doch daran war ich ganz allein schuld. Ich zündete mir eine Zigarette an und suchte nach einer Stelle, wo ich mich hinsetzen konnte. Da sah ich etwas. Einen schwarzen Schatten. Dort, wo das Gras auf dem Beton stieß. Er schien die Umrisse eines Menschen zu haben. Oder war es nur irgendwelcher Müll? Dafür erinnerte der Schatten zu sehr an einen menschlichen Körper. Jäh überkam mich das Bedürfnis zu fliehen. Mein flaues Gefühl verwandelte sich binnen Sekunden in panische Angst, aber meine Neugier war stärker. Ich riss mich zusammen und ging vorsichtig näher. Nach zwei, drei Schritten gab es keinen Zweifel mehr. Es war ein Mann. Mir stockte der Atem. Er trug einen schwarzen Anzug und lag, den Kopf zur Seite gedreht, auf dem Bauch. Sein linker Arm ragte schlaff ausgestreckt über den Kopf. Ich merkte, wie mein Herz immer schneller, immer lauter zu pochen begann. Wieder und wieder schluckte ich, um die trockene Kehle zu befeuchten. Nun stand ich direkt neben ihm. Aus seinem kurzen, angegrauten Haar schloss ich, dass der Mann in den Fünfzigern sein musste. Ich schaute ihm ins Gesicht. Ich hatte einen furchtbaren Anblick erwartet, aber es lag etwas Ruhiges, ja Friedliches in seinen Zügen. Nur die zugekniffenen Augen schienen missmutig irgendwo hinzustarren. Der Mund war fast geschlossen. Ich sah überhaupt nichts Ekelerregendes. Nur da, wo sein Kopf auf dem Betonboden lag, hatte sich eine große, schwarze Lache gebildet. Zwischen den Fingern seiner linken Hand stachen Graspitzen hervor. Ich weiß nicht, warum ich die ewig lange anstarrte. Der Samm des Jacketts war umgeschlagen, sodass das weiße Hemd zum Vorschein kam. Ich weiß nicht, warum ich auch ewig lange auf dieses Weiß starrte. Der Körper des Mannes strahlte eine ungeheure Präsenz aus, als gehörten das Gras und der Beton nur ihm allein. Wie angewurzelt stand ich da. Aber nach einer Weile wurde mein Herzschlag ruhiger und ich fand meine Fassung wieder. Es überraschte mich ein wenig, wie gut ich mit der Situation klarkam. Nicht weit vom rechten Arm des Mannes entfernt lag etwas Schwarzes, dessen Umrisse sich deutlich abhoben. Jetzt, da mich die Leiche nicht mehr erschreckte, hatte ich es bemerkt. Wieder fing mein Herz zu rasen an, noch heftiger als zuvor. Ich kniete nieder, um mir den Gegenstand genauer anzusehen, hob ihn mit einem kraftlosen Arm auf, bis dicht vor meine Augen. Auf einmal spürte ich, wie mich ein überwältigendes Glücksgefühl durchflutete. Zugleich fand ich es unheimlich, dass nur schon der Anblick mich in solche Hochstimmung versetzte. Es war, als würde ich zerrissen. Gegen meinen Willen steigerte sich meine Aufregung immer weiter. Ich konnte sie nicht bändigen, konnte mich nicht beruhigen. Dass ich derart die Kontrolle verlor, machte mir Angst. Doch dann gab ich auf und überließ mich ganz mein Gefühlen. Mein Herz schlug wie wild, es schmerzte und mein Blick verengte sich. In einem Winkel meines Bewusstseins nahm ich gerade noch wahr, wie alles um mich herum verschwamm und von weit her eine Stimme sagte, dieser Revolver gehört von jetzt an dir. Die Worte mussten wohl aus mir selbst kommen. Unzählige Male halten sie in meinem Kopf wieder. Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen. Dann begann ich sie zu wiederholen. Meine Augen wurden feucht. Es fühlte sich an, wie soll ich sagen, als würde ich mir selbst vergeben für das, was ich empfand. Wer weiß, vielleicht hatte ich in dem Moment auch einfach den Verstand verloren. Aber da ich jetzt wieder klar zu denken vermag, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur vorübergehend war. Irgendwann erinnerte ich mich wieder an den Toten neben mir. Doch der kümmerte mich nicht mehr. Ein wildfremder Typ, mit dem ich nichts zu tun hatte. Ich zwängte den Revolver in die hintere Gesäßtasche meiner Jeans und zog das Hemd darüber. Mag sein, dass mir in dem Moment ein Lächeln übers Gesicht huschte. Übermütig geworden kam mir der Gedanke, Samen, mit dem Moment und dem Moment mit dem Moment �� Holm von people in'll lan perfekt wear c und sie le die die waż